Die Hüterin Die Höhle ist nicht sicher. Alles hier war der Verderbtheit des Spiegels ausgesetzt. Wenn eure Leute hierher kommen müssen, dann sollten sie sie mit Feuer ausbrennen. Was ist jetzt mit Demlin? Wir können nichts für ihn tun. Er ist also tot, seid ihr sicher? Oder warte, ich bin auch im Leben, er könnte es auch sein. Lass es mich klar ausdrücken. Es gibt nichts, was du für ihn tun könntest. Er wurde vor drei Tagen verdorben und hat keine Hilfe erhalten. Durch deine Willensstärke und die Heilkunst deiner Hüterin hast du überlebt. Aber Demlin hat keine Chance. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass er verloren ist. Jetzt sollten wir zurückkehren. Er will nicht mal seine Leiche finden? Die hat die dunkle Brot mitgenommen. Was wollen sie mit seiner Leiche? Sie fressen sie doch nicht, hoffe ich. Die dunkle Brot sind böse Kreaturen. Und dabei sollten wir es belassen. Es tut mir leid. Äh, was ist denn der Teil will? So einfach ist das nicht. Ich würde dir gerne mehr erzählen, aber vorher muss ich mit deiner Hüterin sprechen. Genau, dann gehen wir zurück ins Lager. Ich kann keine dunkle Brot in der Nähe spüren. Die Gegend ist sicher. Geh voraus. Ui. Ui, 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 ui. Ich bin erleichtert, dass du zurück bist. Und ich hätte nicht gedacht, euch so schnell wiederzusehen, danke. Ich hatte auch nicht erwartet, so früh zurückzukehren, Hüterin. Was ist mit Hemlen? Habt ihr eine Spur von ihm gefunden? Wer noch am Leben war, hat die dunkle Brot ihn getötet. Der Vorwichter sagt, wir werden nichts finden. Verstehe. Meryl, was ist mit dem Spiegel? Bringt ihr irgendetwas mit zurück? Das sollte ich beantworten, Hüterin. Ich habe den Spiegel zerstört. Ich wollte damit ein Heilmittel für diese mysteriöse Krankheit finden. Ihr hattet sicher gute Gründe für euer Vorgehen, Duncan. Wir müssen einiges besprechen, Hüterin. Ich habe viel erfahren, seit ich das letzte Mal hier war. Unterhalten wir uns unter vier Augen. In meinem Arable, Duncan. Meryl, warme die Jäger. Ich will, dass der Clan vorbereitet ist, falls ich hier noch dunkle Brut aufhält. Meine Nuvenin, Hüterin. Sofort. Darlene, gib mir etwas Zeit, mich mit Duncan zu beraten. Komm später zu uns in mein Arable. Dann unterhalten wir uns über deine Heilung. Natürlich. Erzähl Harren Paiwell, was geschehen ist. Er hat die traurige Aufgabe, eine Gedenkfeier vorzubereiten. Folgt mir, Duncan. Ich möchte erfahren, was ihr zu berichten habt. Harren wen? Aufgestiegen. Hier. Und die zwei. Stärke ist immer schön. Das wird Kampftaktik. Die Charakter kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln und erhält deshalb eine Kampftaktik. Kampftaktik. Äh, halt, nein. Ach, wacht. Ach, hier kann ich ja gar nicht. Das ist ja... Giftherstellung. Könnte ganz nützlich sein. Tja. Ach, das braucht Verbesserter... Oh. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Das werde ich dann noch nachholen. So. Wir haben den präzisen Schlag... Was ist das? Ja, jetzt, das sehe ich jetzt nicht wegen dem... Muss ich in der nächsten Aufnahme wegmachen. Und da ist dieser Halle. Mit der dicke und fette Habe. Du bist also mit dem grauen Wächter, aber ohne Temmeln zurückgekehrt. Was ist geschehen, Dallin? Haben wir ihn wirklich verloren? Feuchtige heiße Haaren. Und angezeigt wird er als Pärbel. Äh, selbst wenn nicht, müssen wir bald aufbrechen. Dass ich das erleben muss. Es scheint der Wille der Schöpfer zu sein, dass ich die betrauern muss, die ich als Babys im Arm gehalten habe. Langsam verstehe ich, warum sich unsere unsterblichen Vorfahren für den Schlaf entschieden haben. Oh, 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 ja. Rasch brennen die Sterne ihre Bahn über den Himmel. Sie eilen, dir einen letzten Kuss auf die Augen zu geben. Sanft umfängt dich das Land im Schlummer und besänft dich das grollende Beben. Der Dolch nun verhüllt, der Bogen nicht länger gespannt. Es herrscht nur Spille in deiner letzten Stunde im Leben. Ich soll euch von der Hüterin bitten, eine Gedenkfeier vorzubereiten. Ich danke euch, Aron. Nun, gerade in Zeiten wie diesen ist es notwendig, unser Wissen an die Jüngeren weiterzugeben. Erzählen wir diesen Kindern vom Fall der Dales. Du würdest mich ehren, wenn du mich dabei unterstützt. Äh, gerne. Dann hilf mir, während ich erzähle. Kommt, Kinder, und hört vom Fall der Dales. Ihr müsst diese Geschichte kennen, denn sie macht euch zu Dälisch. Möchtest du anfangen, Galen? Ja, Sklaven eines schrecklichen Königreichs, das die Menschen mit dunkelster Magie errichtet hatten. Als es fiel, waren wir frei. Habe ich mir natürlich jetzt... Wir errichteten unsere Heimat in den Dales, verehrten die Schöpfer und bauten unsere Kultur und Geschichte wieder auf, die wir in den langen Jahren der Sklaverei verloren hatten. Ja, die ließen uns nicht einfach in Ruhe. Ich hoffe, das ist... Sie lehnten unsere Götter ab, weil wir ihre nicht verehrten. Und sie lehnten unsere Gebräuche ab, weil wir unser Volk den ihren vorzogen. Im Laufe der Jahre kühlten die Beziehungen zwischen ihnen und den Dales immer weiter ab. In ihren Augen waren wir Gotteslästerer und grausame Tyrannen. Dann erklärten die Menschen den Dales den Krieg. Und so fielen die Dales. Sie nahmen uns unser Land und zerstreuten unser Volk. Sie zwangen uns, in ihren Städten zu leben und uns von unseren Göttern abzuwenden. Doch viele von uns weigerten sich, unsere Traditionen abzulegen. Wir beschlossen, uns in alle Himmelsrichtungen zu zerstreuen und durch das Land zu ziehen. Wir entschieden, lieber durch das Land zu ziehen, als uns den Regeln der Menschen zu beugen. Um zu überleben und unsere Kultur zu bewahren, bleiben die Clans für sich allein, bis die Elvenern wieder eine Heimat haben. Dann geben wir denen, die sie verloren haben, die alten Lebensweisen zurück. Wir sind die Dales, Behüter des verlorenen Wissens, Wanderer auf dem Einsatzvolkes Indien. Dank für deine Geduld, Dallin. Du hast dich sowohl an die Geschichte als auch an den Schwur der Dales perfekt erinnert. Ich überlasse dich jetzt wieder deinen Aufgaben. Natürlich. Mögen die Götter dir den Weg weisen, Dallin. Oh weia, da habe ich mich ja noch mal gerade so richtig rausschummeln können. Man sollte sich vielleicht vorher informieren, bevor meine kleine Geschichtsstunde hier anfängt. Jetzt hören wir mal, was Duncan so von uns will. Deine Hütterin und ich haben uns unterhalten und wir haben eine Vereinbarung getroffen, die dich betrifft. Mein Orden braucht Hilfe und du brauchst Heilung. Ich hoffe, dass du mich begleitest, wenn ich aufbreche. Du wärst ein hervorragender grauer Wächter. Äh, ja. Was hat das mit der Heilung zu tun? Alles, fürchte ich. Die Verderbtheit der dunklen Brot fließt durch deine Adern. Es ist bemerkenswert, dass du dich überhaupt wieder erholt hast. Aber am Ende wird diese Verderbtheit dich krank machen und töten. Oder Schlimmeres. Die grauen Wächter können das verhindern. Aber dafür musst du dich uns anschließen. Äh... Nur wegen eures Mitleid werde ich mich nicht euch anschließen. Werde ich je zu meinem Clan zurückkehren können? Wirklich, das ist ziemlich großzügig. Äh... Werde ich je zu meinem Clan zurückkehren können? Das wissen wir nicht. Aber wir wollen dich nicht leiden sehen. Und der graue Wächter bietet dir eine Möglichkeit zu überleben. Ich tue das nicht aus Nächstenliebe. Ich würde dir dieses Angebot nicht machen, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass du das Zeug zum grauen Wächter hast. Ich will ehrlich zu dir sein. Du wirst wahrscheinlich nie wieder hierher zurückkehren. Wir werden die dunkle Brut bekämpfen und dieser Kampf wird dich weit weg von deinem Clan führen. Aber wir brauchen dich. Und andere wie dich. Äh...